Alter! Was hast du am Reifen? Ich bin so am Schwitzen. Ich kann nicht mehr. Schönen guten Tag, Freunde. Willkommen zu einem weiteren Video. Wir müssen unbedingt mal wieder was mit der KTM XC machen, denn wir sind eigentlich nur noch Gas-Gas gefahren. Das hat einen Grund, denn mittlerweile kann es die Gas-Gas auch sehen lassen mit den schönen weichen Felgen von KTM München Süd, der Remus, die ganzen Carbon-Teile von CMT und natürlich das unfassbar schöne Dekor. Mit den ganzen Sachen darf man sich auch nach draußen trauen. In zwei Stunden ist David hier, denn wir fahren heute Richtung Frankreich. Der nächste Roadtrip steht an, weil die KTM XC seit dem Big-Bike-Meet eigentlich nur rumstand. Ich habe noch einen Ölwechsel gemacht. Ist hier noch genauso schmutzig, wie wir sie vor ein paar Wochen hier in die Garage gestellt haben. Das ist nicht gut. Deshalb werden wir sie heute sauber machen und ich hoffe, wir schauen was mit Frau David ist. Ich bin hier für die Money, ich bin hier für die Fame. Though es might be nice to own a Jetplane, ima do es all für Sie. Come along, you see it's true, but the world is pretty cool. You might need a sweater, too. I'ma put a ride on ya, get from California. Trying to make it a life, it's golden Arritatschia. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold. A massive, SAY FUBBIT SEIEN Da ist er, David Boss. Da bin ich. Live und in Farbe. Bist du bereit für Frankreich? Ich bin sowas von bereit für 30 Grad. Wauwann, du musst mal gucken, schau mal meine Hinterreifen. Was ist das denn hier? Il ist da zuич allem Brand out gemacht. Nee, ich habe vergessen, dass die Sticker noch drauf sind. Nein. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, fahren wir die einfach so ab. So Mädels. On the road. Wir sind im T5. Es geht jetzt nach Frankreich endlich. Wir entkommen dem schlechten Wetter in Deutschland. Mittlerweile ist es ja verdammt kalt geworden. Und deshalb heißt es jetzt ab in den Süden. Frankreich! Ihr habt es gesehen, wir sind endlich angekommen am heißes Lac de Saint Croix. Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Sagen wir mal ganz kurz. Lac de Saint Croix. Genau. Wir haben hier eine Couch, da muss man drauf schlafen und wir haben hier ein Doppelbett. Wobei es eigentlich fast ein Einzelbett. Da will man eigentlich nicht an einem Bett schlafen, weil der schlägt immer nachts um. Ich habe schon das öfteren mal so einen Arm kassiert. Das ist true. Wir haben hier ein ganz kleines Bad. Passt aber alles so weit, ist hier auch scheißegal. Wir müssen auf jeden Fall noch einkaufen. Wir jumpen jetzt direkt aufs Bike. Jungs, willkommen. Wir sind auf dem Bike. Und ihr könnt sehen, ich muss schieben. Wir haben nicht vollgetankt. Das war ein bisschen dumm. Ich hoffe, wir kommen noch zur Tankstelle. Hier sehen wir den schönen See. Den habt ihr ja gerade schon in der Drohle gesehen. Du hast mir vor einer Stunde erst gesagt, dass wir hier wirklich am Arsch der Welt sind. Ja, wir sind hier am Arsch der Welt. Das hier ist die größte Stadt, um genau zu sein. Also es gibt wirklich nichts anderes. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Ja, ich dachte, hier gibt es wenigstens ein bisschen Zivilisation. Ne, gibt es nicht. Aber ist egal, wir suchen jetzt erstmal die Tankstelle. Müssen wir hier runter? Ja, genau. Wir müssen hier runter. Ich habe die Route schon in meinem Kopf. Wir müssen auch nur zweimal abbiegen. Anders hätte ich mir das nicht merken können. Ich rolle einfach nur. Aber du kannst schon den Motor anmachen. Wir müssen ja jetzt nicht bis unten rollen. Doch. Guck mal, jetzt ist das Pitbike. Ah, ja, Tatsache. Es fühlt sich ganz komisch an. Also du bist das nicht mehr gewöhnt, mit neuen Reifen zu fahren. Kann ich verstehen. Ja. Wir haben ja die ganze Zeit nur Gas-Gas gefahren, weißt du. Ich darf jetzt nicht mal Gas geben, weil wir ja irgendwie noch zur Tankstelle kommen müssen. Ja, ach, wir fahren jetzt bergab, also kannst du ruhig Gas geben. Ja. Ich höre mein eigenes Motorrad nicht mehr. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass ich den FMF vergessen habe. Ja, boah, das ist so gemein. Hör mal, die schönen Knaller. Ich zeige dir gleich mal richtig Knaller. Auf jeden Fall schon gesagt zu David, wir müssen mal da runter ans Wasser. Sie ist so ein bisschen ausgetrocknet. Und vielleicht kann man da am Ufer ein bisschen langfahren. Das wäre doch lustig. Oh, jetzt ist leer. Jetzt leer? Ja. Na, laber keinen. Doch. Jetzt schon? Ja, ich wollte gerade Gas geben und dann ging nichts mehr. Komm, ich spare mir die letzten Tropfen, okay? Wir müssen auf jeden Fall hier links. Komm, Maurice. Hier müssen wir links. Ja, ja, ist ja okay. Wir fahren jetzt auch links. Aber bevor jetzt hier ein Bär kommt. Ja, oder schiebe mich mal ein bisschen an jetzt, komm. Oh, wann, wie oft hast du mich schon angeschoben? Das gibt's nicht. Ja, sag mal, wie oft habe ich das gemacht? Ja, bestimmt schon zehnmal. Ja, okay, nicht zehnmal. Du bist aber auch dafür prädestiniert, weil du hast so ein bisschen längere Beine. Und dann kommst du viel besser da dran. Starke, lange, muskulöse und gut aussehende Beine. Spargelbeine, genau. Ganz kurz, was habe ich für Beine? Kannst du das bitte einmal erläutern? Dankeschön dafür, dass ich dich hier schon wieder abschleppe. Also, geile lange Beine hast du. Also, nochmal, wie ich das vorhin formuliert habe, bitte. Geile lange Beine. Ich glaube, da fehlt muskulös noch. Also, einmal nochmal bitte mit muskulös. Das ist mir sehr wichtig. So, komm, sag mal. Also. Du hast so geile Beine. Mann! Nein, muskulös. Da sprechen wir uns in einem Jahr nochmal wieder. Hier werde ich auf jeden Fall mal springen. Hä? Du musst doch gleich ausgehen. Guck mal, die macht schon Fehlzündung. Hörst du's? Aber noch geht's. Ja. Digga, das war so laut. Holy shit. Da gab es einen kleinen Knall gerade, ne? Jetzt ist aus. Jetzt ist aus. Ja, da geht nichts mehr. Jetzt ist wirklich der letzte Tropfen einfach leer. Das ist mein Wheelie gemacht bisher. Das gibt's nicht. Ey, aber wir werden gleich einfach zusammen ein Scrape raushauen, okay? Hast du die Tankstelle schon gespottet? Oh, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, 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 rechts. Schaffst du den U-Turn? Ja. Oh, elegant, elegant. Alter, muskulös. Geil. 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 Junge, das war doch, Alter, wir sind's einfach so krass. Er hier, Maurice und meine Wenigkeit, David, wir sind einfach krass. Du denkst so, Hilfe. Kannst du mal erzählen, was wir gerade gemacht haben? Ja, David hat zwei Notfallkanister. Einmal Benzin und einmal Diesel. Das ist schon ziemlich schlau gewesen. Was nicht so schlau war, er hat sich nicht gemerkt, was was ist. Dann haben wir ein bisschen gerätselt. Diesel ist ja ein bisschen schmieriger, habe ich gesagt. Und ich so, ja, nee, das ist Diesel, auf jeden Fall. David, kipp rein. Hätte ich auf David gehört, hätte ich am ersten Tag einen Motorrad gehabt. So, kann ich jetzt hier mal tanken, David? Oder was wird denn das hier? Kannst du dich mal gedulden? Hä? Wie geil. Guck mal. Was willst du jetzt hier, go oder? Junge, der Sticker, der ist ja fast ab schon. Boah, Digga, also die Bikes nebeneinander. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie viel Sprit reinpasst in eine KTM XL. Das testen wir jetzt. 8,3 Liter. Und das ist schon echt ein bisschen zu voll eigentlich. Dieser Deckel hier. Wie findest du den eigentlich? Geil. Oder? Von KTM Power Shop. Ist nicht mal ein Power Part, haben die selber hergestellt. Wie findest du meine Fußrasten? Geil. Wie findest du meine? Deine sind auch cool schwarz. Cool schwarz. KTM Power Shop. Alle eloxierten Teile. Original Ersatzteile. Zubehör. 10% mit dem Code Ziki. Okay, Boys. Übrigens, wo wir hier gerade bei Werbung sind, Werbung in eigener Sache. Diese Tasche kommt bald raus. Sie ist bald da. Endlich. Und die sind aber limitiert. Sie wird es nicht unbegrenzt geben, weil ich kann ja jetzt hier nicht eine Million Stück einkaufen. Aber endlich gibt es sie. Ich werde aber nochmal auf Instagram und auf YouTube das genaue Datum bekannt geben. Ich dachte, wir hauen jetzt gleichzeitig ein Scrape raus. Ach so, ja, okay, 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 okay. Direkt, direkt scrapen? Direkt scrapen, okay. 3, 2, 1, let's go. Junge, ich bin nicht mal an die XC gewöhnt. Hast du jetzt gerade echt verkackt, Digga. Ja, ich bin noch ein bisschen nach rechts gekommen. Warte, ich korrigiere, okay? Ja, komm. Ja, ja. Hä? Okay, also der war sehr klein, aber den lassen wir jetzt einfach mal durch. Ja, warte mal, ich muss mich mal wieder an die Bremse gewöhnen. Alter, das ist alles ein komisches Gefühl. Fühlt sich an wie mein Motorrad. Warte, ich hau jetzt gleich richtig einen raus, okay? Ja, der war doch schön. Guck dir das an, einmal schön hier um die Kurve. Oh, geil. Oh, Joga. Na, geht doch. Geht doch. Von wegen, ich bin so lange nicht mehr XC gefahren. Ich kann das nicht. Ja, ich muss ja gerade echt mal wieder warm werden mit den neuen Schuhen und so. Es war einfach ein unvertrautes Setup, weißt du? Ich habe eine Schraube locker. Ja, das weiß ich. Guck mal hier, hä? Ja, aber irgendwie, komm mal her. Da, die Schraube ist locker, oder? Ja, die ist locker. No alcohol? No rotel, alcohol. 5 degree. Water with alcohol? The first, OPA is the first rotel, petit out, alcoholisé, français, bio. Alkohol. Du sagst, äh, juice and alcohol. Er ist verwirrt von dem, was du sagst. There is water, beer, and that. Bye. Bye. Ich, also, ich habe halt nicht verstanden, was er meinte. Der Einkauf war erfolgreich und Maurice, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, wer den Rucksack trägt. Der ist nämlich asozial schwer. Der wiegt halt locker 10 Kilo. Ich habe 3 Kilo Nudeln gekauft, endlos viel Pesto. Also der ist richtig heavy. Okay, dann beenden wir das jetzt einfach ganz schnell. Ja? Oh, ich will nicht verlieren, Alter. Schnick, Schnack, Schnuck. Boah, ja, geil. Ja, gib mal her den Scheiß. Ja, der ist schon, der ist schon, der ist schon ganz schön schwer. Okay, bist du bereit? Achtung. Okay, Jungs, wir bringen mal kurz den Einkauf in den Kühlschrank. Junge, wo ist denn das Fleisch? Das ist vorne, das vordere Fach ist auch voll. Achso. Hallo. Na ja, Junge, ich bin so am schwitzen. Ich kann nicht mehr. Ich habe Schmerzen in den Schulterblättern. Ah, nice. Boah, guckt ihr das an, Mann? Junge, ich sehe gar nicht. Ich sehe Saisonuntergang. Ist das geil oder ist das geil? Das ist schon echt geil. Direkt vor unserer Haustüre, mein Lieber. Boah, Junge, ist das geil. Junge, ich habe die Stelle sogar damals in deinem Video gesehen, glaube ich. Junge. Wow. Alter. Du musst die Sonne mal zuhalten, dann siehst du ein bisschen mehr, weil das Blenden ist schon echt heftig. Was hast du am Reifen? Mir stinkt so ein bisschen Gummiverbrannt oder so. Wo? Der rote Ring. Ach, was. Ja, dann ist das, äh... Ja, der schummelt, der Kollege. Der tut so, als würde er auf Kante fahren. Ertappt. Oh nein, verdammt. Erwicht. So, Jungs, geiler kann man den ersten Tag, glaube ich, nicht ausquetschen. Und dann sind wir auch ready für morgen. Nice.